Wir haben gerade vor der Sendung, also eigentlich ist es eine Breaking-News-Sendung deswegen jetzt geworden, aus Versehen, nämlich, dass Apple also doch bei RCS mitspielen möchte. RCS, Google hat ja jetzt eine lange Kampagne gefahren und die wahrscheinlich damit nichts zu tun hat, vielleicht. Davon würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass die Kampagne wirklich nicht den Aufschlag gegeben hat. Das werden sie sicherlich anders auswollen. Da kann ich dir mal mit meiner alle Hände dafür in alle Feuer legen, die ich hier zur Verfügung habe. Es ist gut, dass wir uns nie erfahren, oder? Keiner wird darüber sprechen, wie das dann zustande gekommen ist, dass man jetzt doch... Apple sagt an, dass sie also so ein Basisset von RCS-Features in die Messages-App irgendwie reinhängen und vermutlich das dann so als gleichwertig zu SMS dort abfrühstücken. Entweder bleiben die dann auch grün und langsam und weiß es nicht, aber wie das dann halt läuft. Aber auf jeden Fall ohne Verschlüsselung, also nicht Ende zu Ende, weil das ja nicht das im Basisset von RCS drin sein muss. Also man kann RCS auch so als wie SMS unverschlüsselt durch die Gegend posten, nur halt über nicht den, wie auch immer das bei GSM heißt, über diesen B-Kanal oder was auch immer, sondern halt über den normalen Datenkanal-Edge 2G, 3G, 4G, 5G. Nicht sicher, ob es das auch B-Kanal heißt, aber größer und nie ist der eigentlich noch aus an der Stelle. Genau, alle 64 Hände gehen hoch. Richtig, genau. So, Leo, was, warum jetzt? EU oder woher kommt die Wendung? Es riecht natürlich, vieles riecht natürlich nach EU oder dem Digital Markets Act, der halt einfach vor der Tür steht. Und wir haben ja gesehen, jetzt, weiß gar nicht mehr, letzte, vorletzte Woche, dass ja da auch wieder Google und vor allem auch Netzbetreiber anfangen, ja Druck aufzubauen, jetzt über diese Schiene zu sagen, ja, liebe EU, hier bitte dran denken, dass halt iMessage auch eben unter diese Regeln des Digital Markets Acts fällt, damit halt iMessage praktisch zwangsgeöffnet wird, wenn man so will, oder halt Interoperabilität herstellen muss. Und zumindest wirkt es nach einer plausiblen Methode zu sagen, ja, statt iMessage zu opfern der Interoperabilität, baut man halt RCS in die Nachrichten-App ein und kann dann sagen, ja, ja, iMessage ist nur für Privatnutzer und wenn irgendwie Firmen mit Endnutzern sprechen wollen, können sie das über RCS machen und über SMS machen. Guck mal, ich habe nämlich hier zum Beispiel zufällig die Seite von der Telekom offen, wo sie die Vorzüge von RCS preisen und da steht nämlich drauf, dass das Produkt heißt jetzt bei der Telekom, heißt das Chat, Klammer auf, RCS Messaging. Das ist fantastisch, ja. Und die Anwendung Chat RCS Messaging bei der Telekom, die nutzt du bei Google mit der App namens Messages und bei Samsung mit der App namens Nachrichten. Und dann kannst du Einzel- und Gruppenchats und SMS kannst du dort dann haben, also hier sagen sie wieder SMS, obwohl es aber RCS-Chats sein müssten. Sie wissen nämlich auch selber nicht, was sie da eigentlich machen. Dann hast du dort den Vorteil im Vergleich zu MMS, dass du dort größere Datei-Anhänge, Videos dorthin und her schieben kannst. Vielleicht hat jemand schon mal so aus Versehen eine MMS bekommen. Das ist immer so Briefmarkengröße. Irgendwie drei Pixel, mal drei Pixel und JPEG auf Qualität 1 gedreht. Genau. Ja, so sieht das normalerweise aus. Okay. Und der dritte Vorteil ist, dass man dort bequem mit Unternehmen chatten kann. Mit Chat gibt es eine neue Art der Kommunikation, die den Austausch mit Unternehmen noch schneller und einfacher macht. Genauso sicher wie SMS, Klammer auf, nämlich gar nicht. Ja, genau. Hust, Hust. Dabei aber viel interaktiver. Einen Tisch im Lieblingsrestaurant reservieren, ein Ticket umbuchen, Blumen bestellen oder mal eben mit dem Kundenservice chatten. Das alles über die vorinstallierte Nachrichten-App. Das ist schon der Hammer. So, und dann ist so ein kleines Häckchen, so ein Schild mit einem Häckchen, geprüfte und verifizierte Unternehmen, so hat Spam keine Chance. Natürlich. Wenn Flora... Laut aufgelacht habe ich, ich möchte es festhalten. Wenn Flora die seinen Nachrichten schickt, da hat Spam keine Chance. Und die Beispielnachricht von Flora Design ist, hallo Steffi, hast du Winterblues? Wir haben da was für dich, nämlich Blumen. Wenn das kein Spam ist, du da weißt, ich habe gleich mal 17 Euro für den Rüdingszauber bestellt. 20. Eieiei. Lebendiger Mix aus typischen Wiesenblumen. Ich meine, was ist denn da bei der Telekom los? Wer hat denn zu diesem Screenshot da gesagt, ja, so machen wir es. Na ja, zu dem ganzen Text, der hört sich ja an, als wäre der in den 90er Jahren irgendwann mal geschrieben worden und nie mehr. Und da gab es ja RCS. Ich weiß gar nicht, wann gab es denn die ersten Bestrebungen RCS mal? Wann war denn Join und diese ganze Kiste? Wow. 2016? Ja, das ist schon lang her. Komplett geraten, aber halt irgendwann halt vor acht Jahren oder so. Join wurde von der GSMA RCS E. Das war RCS E. Was ist RCS E im Vergleich? Enhanced. Enhanced. E ist immer Enhanced. Ja. Und von wann ist diese Meldung wohl? Das steht da leider nicht. Das ist sehr schade. Das ist schade. Aber so, diese Join-Geschichten haben wir auch damals probiert und das war, Join startete bei Vodafone 2012. Ah. Anfang 2013 dann auch für Telekom, aber nur in Beta und O2 wollte, hat es dann aber nie gestartet. Gut. Und das war also in Deutschland von Anfang an halt zum Scheitern verurteilt, weil unter anderem die verschiedenen Netze erstmal, also nicht alle mitgespielt haben und die, die mitgespielt haben, zwischen denen hat es nicht richtig funktioniert. Das haben wir auch damals ausprobiert, war von vornherein Murks. Ja. Und das war, da war noch vieles andere auch Murks von vornherein, ja. Und SMS ist ja im Vergleich so sehr, also relativ zuverlässig. Es murkst mal so ein bisschen, wenn du deine Nummer gerade frisch portiert hast und manchmal murkst du es ein bisschen, wenn du ein bisschen zu viel roamst und so. Im Ausland kann da mal was schief gehen. Aber so im Grunde ist SMS schon zuverlässig und meistens kommen auch die Zwei-Faktor-Codes und so, die nicht über SMS kommen sollten, aber sie kommen ja trotzdem. dann ist ja okay. Ich weiß jetzt nicht, Basti, das müsstest du mir jetzt sagen, benutzt du den RCS die ganze Zeit oder ist es auch da eigentlich wurscht, weil halt die Android-User sind halt WhatsApp, hierzu zumindest. Also ich bekomme schon RCS-Nachrichten, so ist es nicht. Und zwar von der Telekom. Haben die so ein Häkchen? Ist da so ein Häkchen? Natürlich ist da oben so ein Häkchen. Was glaubst du denn? Siehst du das an dem Telekom-Logo? Da ist ein Häkchen. Aber das sind doch wahrscheinlich die Nachrichten, die andere Telekom-Kunden jetzt auf dem iPhone über SMS bekämen. Schau mal, wie schön die sind. Also außer, dass sie sehr schön sind. Die sind wahnsinnig schön. Und hier sind so Kacheln. Sind die interaktiv? Ich kann hier, als wenn es Blumen wären, ich kann jetzt sofort sagen, ich möchte jetzt XYZ bestellen. Es ist also einfach nur Spam. Nein, einzigartige Geschenke und Vorteile für Sie als Telekom-Kunde. Das ist doch wohl kein Spam. Ja, also. Ich meine, das ist doch exakt. Hallo Basti, hast du Winterblues? Wir haben da was für dich. Genau, so ähnlich ist es ja auch nur, dass es fast immer um Fußball geht. Okay, dann ist also noch nicht mal getargetet, Spam. Null. Sondern einfach nur Spam. Also ich habe tatsächlich noch von keinem echten Menschen eine RCS-Nachricht bekommen. Und es ist natürlich genau das, der Punkt. Ich meine, das ist, es ist ja so das, das alte, das alte Problem. Ich weiß ja nicht, kann ich, kann ich Leo eine RCS? Also ich weiß, dass ich Leo keine RCS-Nachricht schicken kann. Das muss man probieren. Ah, nicht sehr. Ja, genau, wer weiß. Aber ich weiß ja bei den Leuten da draußen nicht, ob ich denen RCS-Nachrichten schicken kann oder nicht. Und was ich ja auf gar keinen Fall tue, ist es, irgendwem eine SMS zu schicken. Weil 1997 wollte sein Kommunikationsmittel zurück. Und seitdem benutze ich das halt nicht mehr. Nee, aber wie ist es denn mit, wie suchst du das denn aus? Also kannst du da pro Kontakt klicken, der ist auf RCS? Oder musst du das wissen? Oder ist das automatisch? Woher soll ich das denn wissen? Ich wüsste ja, also ich kann jetzt mal... Im Vergleich zu iMessage. Weil bei iMessage gibst du die Nummer ein. Und wenn an der Nummer ein iMessage-Account hängt, dann wird die blau. Und das ist meine Vermutung, dass das hier genauso passiert. Das Problem an der Sache ist, ich weiß nicht, ich wüsste nicht mal, mit wem ich es ausprobieren soll. Weil ich weiß einfach niemanden, der, dessen Nummer ich kenne, der Save RCS kann. Und das macht es natürlich deutlich schwieriger. Also bei, selbst bei anderen Leuten, die Android benutzen. Also eine Person, bei dem weiß ich, der hat ein Samsung-Telefon. Ein halbwegs aktuelles Samsung-Telefon. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, der ist technisch in der Lage, RCS zu benutzen. Die Messages-App auf Android, die sagt jetzt hier, er würde ihm eine Textnachricht schicken. A.k.a. eine SMS. Weil wenn es eine RCS-Nachricht wäre, und das sehe ich in dem wunderbaren Chat mit Magenta Moments, sehe ich unten, dass da RCS-Nachricht drinstehen würde. Aber es ist wirklich einfach sehr, sehr unklar und intransparent an der Stelle. Ich meine, Mobilfunker müssen auch wahrscheinlich mitspielen, oder? Ich hasse so ein bisschen, mich da jetzt mit beschäftigen zu müssen, aufgrund dieser Nachrichten. Aber gut, jetzt sind wir in dieser Sarkasse gelandet. Aber letztendlich ist es ja, also wenn wir mal so, ich möchte das jetzt nicht abwürgen, aber ich glaube, wir kommen nicht weiter, das aufzulösen. Ich glaube, Mobilfunker hängen da mit drinnen. Und das entsprechende Gerät muss natürlich das auch, ich weiß nicht, ob man es aktivieren muss, oder ob das von Haus aus aktiviert ist. Keine Ahnung. Es ist halt in den USA eine größere Nummer als hierzulande. Weil da wird das Ganze halt, ja, da hat es ja so mit Google, glaube ich, seinen prominentesten Fürsprecher vor ein paar Jahren gefunden. Und es hat sich ja weiterentwickelt, muss man sagen. Am Anfang war es ja eine super Lachnummer, weil gar keine Verschlüsselung drin war. Ja, Basti? Ich habe so eben jemanden gefunden, der offensichtlich jetzt sehr aktiv hat und ein Telefon ist unterstützt. Weil hier ist genau das passiert, was bei iMessage passiert. Ich suche also die Person auf, aus in Messages, das, was ich halt nie benutze. Auf gar keinen Fall. Und in dem Moment springt es um auf RCS. Und jetzt könnte ich dem vielleicht irgendwelche Angebote und Blumen-Sachen schicken. Unklar, aber ja, es funktioniert genauso, wie wir es erwartet haben. Nur kurz, um das nochmal alles aufzulisten. Was kann denn diese Messages-App noch, über was spricht die denn noch außer RCS? Die wird wahrscheinlich SMS und MMS unterstützen. Ja. Und das war's. Ja. Also die hat nicht noch irgendeinen Google-Chat drin oder sowas. Hangouts. G-Talk. Ja, nee, nämlich, ich habe hier gerade die Liste offen, was in dem Standard so drin ist. Und also angefangen haben sie 2007, 2008. Und dann hin und her. Und dann 2012, als Join und sowas dazu kam, da war dann schon drin Standalone Messaging, Group Chat, File Transfer, Content Sharing, Social Presence, also so ein Status quasi. Dann hast du dort eine andere Geschmacksrichtung von Voice Calls drin, also da ist auch FaceTime-Audio und FaceTime-Video quasi eine Version davon drin. Dann kannst du Locations schicken, du kannst SMS-Fallback kann er, dann kam irgendwann Support für LTE dazu, dann Support für die Chatbots, für Business-Shit. Und das ist halt, die waren halt vom Timing extrem schlecht, weil die sind halt so ins Start vom Smartphone reingerannt und hatten dann aber kein Smartphone, sodass das dann unterstützt hat und kein Carrier, der das unterstützt hat. Und die Carrier, die hatten ja die ganze Zeit das Incentive, einfach weiter die Leute für SMS-Gebühren auszunehmen. Also das war auch so selber in Fuß geschossen. Und nur dieses Scheitern hat ja dazu geführt, dass die Messenger wie halt Deutschland WhatsApp halt so abgehoben sind. Ja, und man muss festhalten, dass Google sehr, sehr viel später auf den Zug aufgesprungen wird. Und zwar nach 30 eigenen Anläufen mit eigenen Messengern haben sie dann gesagt, jetzt springen wir auf den Zug auf. Weil die waren nicht am Anfang der Fürsprecher oder irgendwie da bereit, sich dahinter zu werfen, sondern das war halt, das ist eine, ich weiß nicht, das ist ein paar Jahre jetzt her, dass sie das auserwählt haben nach dem Hangout und Co. Und Alu und wie sie alle hießen, gescheitert sind. Das ist ein ganz großes Grab, was da mit Messengern bei Google liegt. Definitiv. Also sie haben sicherlich halt festgestellt, dass sie kein Gros der Nutzerin auf ihre eigene Plattform bekommen. Und dass man halt irgendeine unterliegende Technologie benutzen muss, die am besten schon irgendwer anders auch mit benutzt. Und dann mit Samsung sind sie natürlich da fein. Weil dann hast du natürlich so eine große Basis plötzlich von Menschen, die automatisch dieses RCS schon benutzen. Und sie können halt dann, sie können es einfach in ihre Messages-App reinportieren. Und sie kriegen natürlich da jetzt ihre, ihren Service nicht vor Millionen von Augen. Aber ich meine, das Grab haben sie sich selber gegraben. Ich weiß nicht, ob wir schon bei einer Art Beurteilung angelangt sind. Ich weiß auch sehr früh noch irgendwie, weil diese Nachrichten ja wirklich gerade erst rausgepurzelt sind. Und ich mich mit RSC, RCS, nicht mehr den Namen habe ich drauf, noch gar nicht beschäftigt habe, weil das Ding war abgehakt. Nachdem Tim Cook letztes Jahr so ein paar Späße drüber gemacht hat und gesagt hat, irgendwie unsere Nutzer fragen nicht danach, muss man sich jetzt mal wieder reindenken. Es hat ja schon ein bisschen was sich bewegt, nachdem Google dann irgendwie dann Support angekündigt hat. Und es ist dann nicht Ende zu Ende verschlüsselt, aber es ist halt auf eine gewisse Art verschlüsselt. Und was jetzt Apple einbauen wird, ist auch natürlich spannend. Ich glaube, für iMessage-Nutzer ändert sich erst mal nichts. Also irgendwann kannst du halt per RCS halt so ein paar mehr nettere Messages schicken, halt mal ein höher aufgelöstes Video etc. und fällst halt nicht in dieses MMS-Loch zurück, was ja wirklich, das war ja eine Katastrophe, muss man sagen. Also SMS steht noch bei mir so, also ich meine, hat schon viel an Reputation auch verloren, aber ich meine, da kommen halt so Bestätigungs-SMS rein und das funktioniert halt, wie Timo gesagt hat. Aber MMS habe ich halt auch ausgeschaltet. Also MMS darf mir auch niemand schicken. Also das lehne ich einfach ab. Und RCS kann halt, ja, also kann halt sein, dass du, also an meiner Nutzung wird sich dadurch nichts ändern. Es kann halt sein, dass ich eventuell mal einen RCS-Kontakt habe, wie Basti. Wir würden uns auch nie darüber schreiben, weil Messenger sich einfach, also Messenger im Sinne von andere Messenger sich durchgesetzt haben. Aber dann könnte ich dir darüber schreiben und dann kriegst du vielleicht auch das Bild, was ich dir eh nicht schicken würde über diesen Weg. Und da sprechen wir über Europa. Also in Amerika ist es natürlich echt eine andere Nummer, muss man ernsthaft dann nochmal betonen. Also gerade Gruppenschatz scheint es ja echt schön zu zerhauen einfach. Wenn du da geteilt blaue und grüne Bubbles vertreten hast, dann ist es auch für Apple so ein, auch ein Painpoint gewesen, dass sie da Sachen nachgerüstet haben, ohne das, also vor RCS schon. Also sie haben ja irgendwie ein bisschen getrickst, dass irgendwie zum Beispiel die Bestätigung, also ich kann Daumen hoch, ich glaube, es sieht nicht mehr alles grausam aus und Lesebestätigung gibt es und solche Geschichten, das kam ja in den letzten Jahren. Wenn du das Android-Nutzern schickst. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass das RCS dieses, gerade dieses Gruppenchat-Ding und so, dass es das viel, viel, viel besser machen wird. Also das wird doch wahrscheinlich weiterhin im Eimer sein, wenn du einen sinnvollen iMessage-Gruppenchat haben willst, dann machst du den mit iMessage-Kontakten und mit sonst halt niemanden. Weil dieses Hybrid-Ding wird halt an irgendeiner Stelle, wird es halt zerschälen. Ja, vielleicht, also ich meine, es kommt ja da wirklich auf diesen, es scheint ja ein Standard zu sein und da gibt es einen gewissen Funktionsumfang und den wird abgedeckt. Und also den wird, wenn Apple sich da verpflichtet fühlt, da mitzumachen, dann werden sie ja diesen Standard-Funktionsumfang, ohne darüber hinaus irgendwas mehr zu machen, werden sie abdecken. Und dann wirst du halt eventuell diese Lesebestätigung, diese Videonachrichten, diese Locations, die du schicken kannst, die werden dann wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner auf allen Geräten sein. Und das, also weißt du, das braucht dich als iMessage-Nutzer dann einfach nicht stören, aber es wird dann im Fall der Fälle, wenn du ein Gruppengespräch hast oder mit jemandem mal kommunizierst, mit dem du sonst nicht kommunizierst, wirst du halt nicht alles kaputt machen. Und aus der Perspektive muss man dann schon sagen, es ist okay, ja. Das ist nicht schlecht dran, dass wir uns hier auf gemeinsame kleinste Nenner einigen. Also man kann das nicht vergleichen, glaube ich, mit so Initiativen, wo dann irgendwie alle sich auf einen gemeinsamen Home-Standard einigen, ja, wo alle dann wirklich, und natürlich macht Basti die Daumen nach oben, FaceTime-Gesten direkt. Aber es ist nicht irgendwo, wo alle gemeinsam mitarbeiten, aber zumindest hat Apple dann signalisiert jetzt, dass sie halt den kleinsten gemeinsamen Nenner vertreten wollen. Ändert das irgendwas? Ändert, macht das, also in verschiedenen Ländern sind verschiedene Messenger irgendwie populär oder so, aber bei uns ist es halt wahrscheinlich schon WhatsApp. Geht deswegen irgendjemand jetzt von WhatsApp weg? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, nee, das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel dieser ganzen Geschichte. Ich kann mir halt nur, ich kann mir halt, es ist ja interessant, die Formulierung auch zu, ich habe sie jetzt gar nicht vor mir, aber es war relativ klar aus der Formulierung, irgendwie iMessage bleibt iMessage bei Apple und so als Fallback haben wir da, bauen wir das auch ein so. Und auf welchen Druck hin das jetzt, oder kein Druck, ich glaube ja, da war durchaus die EU beteiligt, geschieht, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, einen kleinen gemeinsamen Nenner zu haben, ist nicht schlecht. Und wenn iMessage einfach das Hauptding bleibt, ändert sich halt ernsthaft auch nichts als für den gängig iMessage-Nutzer. Für die USA ist es halt ein bisschen anders, weil dort halt kein so Standard-Messenger wie, also WhatsApp ist da nie so abgehoben, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Und dort war auch allgemein früher, das Tarifmodell für SMS war anders strukturiert und das Tarifmodelle für Mobiltelefonie war sowieso anders gestrickt. Und da hattest halt auch immer für eingehende Anrufe zum Beispiel bezahlt, jede Minute, die ein Anruf eingeht, wurde berechnet. Und deswegen muss man ja gucken, dass die Telcos sind ja in verschiedenen Ländern ja auch unterschiedlich schlimm. Also überall schlimm, aber unterschiedlich, also überall auch sehr schlimm, aber unterschiedlich in der Ausprägung. Ja. Und auf jeden Fall, dort erzählt man sich nun, dass also die jungen Leute, also iPhone hat den USA-Marktanteil irgendwie so knapp 50 Prozent, aber unter den jüngeren Leuten halt so knapp 90 Prozent. Ja, das heißt, da ist tatsächlich allmeistisch so als soziales Druckmittel, so wie du hast eine grüne Bubble, so geh weg, ja, schäm dich mal. Und da scheint das gezogen zu haben. Ob jetzt das da was ändert, könnte natürlich vielleicht dann doch sein, weil du dann mit in der Gruppe, in der Schule, was auch immer da mit den anderen doch besser zusammen reden kannst. Ja, vielleicht. Also das ist sicher ein Element, was, glaube ich, auch früher oder später Apple in irgendeiner Form auf die Füße noch mal gefallen wäre, weil diese Mobbing-Geschichten, die man ja immer wieder aus den USA mal vernimmt, sind offensichtlich ein unangenehmes Beiwerk davon, dass Apple diese seltsame Aufteilung halt unternommen hat, einfach in seiner Nachrichten-App. Und da halt der US-Markt offensichtlich da einzigartig ist und Leute halt partout einfach an dieser Nachrichten oder an ihrer Standard-Nachrichten-App halt hängenbleiben und mit der kommunizieren wollen, Teufel, komm raus. Und zwar sowohl auf iOS wie auf Android. Läuft halt einfach immer noch sehr viel über diese Standard-Nachrichten-App. Und dann hast du halt die Problematik, dass halt die eine Seite nicht mit der anderen richtig spricht oder eben natürlich nur über SMS. Und dann zerbricht halt alles, weil SMS halt praktisch nichts kann, außer halt irgendwie im Idealfall diese 160 Zeichen zuzustellen. Und die Gruppenchats sind ja wirklich ein Desaster gewesen. Also sobald du da jemanden mit SMS reinnimmst, kannst du eigentlich diesen Gruppenchat auch beenden, weil das hat halt einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Und natürlich vor allem nicht mit zusätzlichen Funktionen, die halt dann in Gruppenchats ja vielleicht auch Anwendung finden. Und das wird wahrscheinlich, ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass das mit RCS besser wird. Also letztlich musst du das eigentlich abschotten. Du musst halt sagen, mit einem Gruppenchat musst du halt nur innerhalb eines praktisch Nachrichtenprotokolls machen. Also wenn ein Gruppenchat, dann müssen halt alle per RCS ihre Gruppenchats führen oder halt alle per iMessage. Das heißt dann aber auch wieder, dass natürlich diese Gruppe abgeschottet ist. Wie Apple das löst, bin ich sehr gespannt, weil das ist natürlich eine Problematik, die da genauso wie jetzt eben bei der SMS halt bleibt. Und ich weiß noch nicht genau, wie sie da rauskommen wollen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass wir da über schneidende Funktionen weiter diese Gruppenchats führen können. Also dass du, wenn du sagst, du unterstützt jetzt Bilder oder halt irgendwie Standortfreigabe, dass das dann irgendwie funktioniert. Aber alles, was Apple da oben drauf baut und weiterentwickelt, würde halt da nicht funktionieren. Und ich weiß auch nicht, ob Apple da eine Verpflichtung sieht, das irgendwie zu unterstützen. Weil ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die Implementation jetzt irgendwo Apple zurückhält, iMessage weiter nach eigenem Gusto auszubauen. Also wenn sie einfach sich eine tolle Funktion überlegen, weißt du, keine Ahnung, Screensharing innerhalb von Nachrichten, was auch immer da du ausdenken kannst. Wenn sich Apple mal tolle Funktionen für iMessage überlegen würde, wenn das mal was überhaupt passieren würde. Ganz tolle Sticker habe ich gehört, das Ding und iMessage-Apps, die jetzt hinter zwei Buttons versteckt sind und irgendeine komische neue Spezial-Extra-Wurst-UI, um ein Foto einzufügen, weil das war vorher zu, ich weiß nicht was, dieses Plus-Button in iMessage, der ist auch schon ein ganz großer Käse jetzt irgendwie. Ja, ja. Ich meine, pro Tipp lange drücken, dann kannst du ein Foto auswählen. Ja, und umsortieren kannst du auch. Also ich meine, du kannst ein bisschen, aber er ist komisch, der Plus-Button, auf jeden Fall. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich den sehr wenig benutze, unterm Strich. Also der ist so. Ja, ja, naja, ich meine, so ein GIF ab und zu tue ich dann noch extra rein und so. Aber Apple hat ja grundsätzlich selbst ein sehr großes Incentive, dass iMessage super gut funktioniert, weil das ein großes Verkaufsargument in dem einen oder anderen Markt sein mag. Und dafür funktioniert einfach auch nicht gut genug. Er ist genug schief und krumm und es ist seit jetzt drei Jahren oder sowas ist kaputt, dass er sich die richtige Scroll-Position in so einem längeren Gruppen-Chat irgendwie sucht. Und manchmal scrollt der komplette Inhalt der Chat-Geschichte am oberen Rand vom Bildschirm raus. Und das ist also schon dafür, wie wichtig das wahrscheinlich wäre, schon auch saubuggy. Weil sowas habe ich in den Signal oder so nicht gesehen. Dass es einfach so alles weghaut und dass die Link-Vorschau irgendwie explodiert und dass irgendwie so die URL von so einem Link dann irgendwie so halbquer über das Foto drüber geklebt ist, ist es also nicht akzeptabel eigentlich. Ja, es ist komisch mit iMessage. Also auf der einen Seite funktioniert, also ich meine, um sozusagen mal die Plusseiten von iMessage aufzuzählen, auf der einen Seite, Apple war ja sehr früh dran mit einem Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messaging-Dienst. Das haben sie ja, iMessage war vom Start weg Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das war irgendwie ja auch, den gibt es ja auch seit so 13, 14 Jahren. Also ich meine, iMessage ist alt und auf der anderen Seite und Basissachen funktionieren und die Basisfunktionalität ist auch da, aber es passiert halt relativ wenig, außer dass natürlich auch an der App rumgeschraubt wird. iMessage fühlt sich in vielerlei Hinsicht immer noch langsam an einfach, was so das Verschicken von Nachrichten angeht. Es fühlt sich einfach langsam an, auch wenn das ja praktisch auch eine Bedienoberflächengeschichte ist. Wie stellst du da, dass die Nachricht versendet ist? Aber wenn du dir die anderen Messenger anschaust, zumindest tun die anderen Messenger so, als wäre die Nachrichten schneller verschickt. Ob das dann tatsächlich der Fall ist, nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, da hängt viel. Und wir sehen jetzt auch gerade mit der Beta von iOS 17.2 oder mit iOS 17.2 hat ja Apple gesagt, so jetzt wir machen diese Tapbacks, die ja eine sehr coole, eine der wenigen, wenigen coolen Funktionsneuerungen in iMessage der letzten Jahre waren, dass du halt einfach diese Reaktionen an der Nachricht dranhängen kannst. Und das sind ja einfach, wie viele sind es? Sechs Stück? Fünf Stück? Fünf oder sechs? Daumen hoch, Daumen runter. Lachen, Ausrufezeichen. Also es sind nicht lachen, sondern ha ha. Es sind fünf oder sechs, von denen man faktisch zwei oder drei braucht und die anderen nie. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt machen wir Tapback auf. Du kannst dann mit Stickern antworten und Emojis und so weiter. Das stellt sich heraus, was du machen kannst, ist extrem sinnlos, weil du kannst einfach das machen, was du jetzt nämlich auch machen kannst, nämlich irgendwo ein Emoji mitten in diese Textnachricht reinzukleben, sodass die Nachricht nicht mehr zu sehen ist. Und also ich meine, ich weiß nicht, also so richtig Liebe ist da nicht dahinter, hat man das Gefühl. Also von Leuten, die wirklich super voll auf Messaging sind, das scheint da nicht gepflegt zu werden. Das wundert mich ein bisschen. Es ist funktionieren halt, es ist halt eine Konstante, dass diese Standardsachen, die von den meisten Leuten genutzt werden, dort meines Erachtens funktionieren. Aber wenn du spezialisierte Bedürfnisse hast oder, also muss man gar nicht so speziell schauen, aber wenn du halt ein bisschen was anderes erwartest, dann musst du halt zu einem anderen Messenger gehen. Das muss man ernsthaft sagen. Also Apple hat da, das ist noch nicht weiter ausgefeilt, da wirklich was Besonderes zu tun. Er funktioniert halt sehr gut, wenn du halt nur iMessage-Kontakte hast. Ja. Also das ist halt ernsthaft, also ich sag das so nebenbei und so weiter, aber das ist, glaube ich, nochmal zu betonen, einfach wenn du iMessage-Kontakte hast, das ist so eine sehr zentrale, gut funktionierende Plattform, die über das Share-Sheet funktioniert. Du kannst die FaceTime-Anrufe direkt auswählen und auslösen von dort aus. Das ist schon eine zentrale Schnittstelle da. Also weißt du, du musst halt, wenn du halt in dieses Bedürfnis kommst, dass du andere Telefone hast mit verschiedenen Betriebssystemen, dann stößt du halt sofort an die Grenze, muss man ernsthaft sagen. Und ich glaube, da ändert halt auch diese Unterstützung erstmal nichts dran. Also das macht dieses Statement auch sehr deutlich. Es bleibt iMessage und wir unterstützen so ein bisschen die Foto- und Videogeschichten, die halt RCS auch. Und wir überlegen mal, mit denen zu sprechen, dass sie nicht auch da eine vernünftige Verschlüsselung direkt einbauen, das nicht on top sitzt. Also ich meine, da muss man ja echt sagen, also wir haben uns ja auch, ich finde auch so ein bisschen zu Recht am Anfang darüber amusiert, weil ohne Verschlüsselung den Messenger zu starten, so wie er gestartet ist und promotet wurde. Der ist ja nicht gestartet, aber als Google sich dahinter gestellt hat, da war ja keine Verschlüsselung da. Und das war schon so ein bisschen lachhaft, muss man sagen. Jetzt ist das ja, kann das ja durchaus für verschiedene Länder, die halt beispielsweise nicht so in diese ganzen Chat-Alternativen wie WhatsApp und Signal und Co. abgestiegen sind, kann das ja durchaus eine interessante Neuerung sein, dass die Basics funktionieren und das halt vielleicht keine Gruppenkommunikation unter verschiedenen Teilnehmern zerschießt, weil es halt diesen kleinen gemeinsamen Nenner gibt. Und wenn Apple sich überlegt, mit iMessage noch mehr zu machen oder signifikant zumindest mal was zu ändern und diese Tap-Back-Geschichte könnte ja durchaus sowas sein, wenn es richtig implementiert ist, ja, dann hält sich da, glaube ich, jetzt auch nichts davon ab.